Mit Gartenschlauch gegen Demonstranten. So berichtete der ORF über die letzte Demonstration in Salzburg. Nun, ob dies wohl alles war, das an diesem Tag geschehen war? Wurden wirklich nur ein paar Demonstranten nass? Wohl mitnichten. Etwas später wurden sie auch noch mit mehr als drei Eiern aus sehr großer Höhe beworfen. Das wohl auch sehr schlimm ins Auge gehen hätte können, ja? Hm, was soll man von ORF nun halten? Ist das einfach extrem schlechte Recherche? Oder wollen sie generell einfach irgendetwas verheimlichen? Nun, ich war live dabei und somit kann ich euch nun die folgenden Szenen zeigen, wie es sich wirklich zugetragen hatte. Und dabei handelt es sich nicht nur darum, dass ein Gartenschlauch gegen Demonstranten eingesetzt wurde. Hier könnt ihr sehen, wie diese Frau aus ihrem Garten heraus uns alle provokant mit ihrem Gartenschlauch abschmeitzt. Dabei hatte sie auch meine Kamera geschädigt. Noch etwas später werden wir mit mehr als nur drei Eiern aus einer sehr großen Höhe beworfen, wo dieser Eierwerfer ganz bewusst bei uns Demonstranten eine schwere Körperverletzung in Kauf nehmen will. Ich habe beide Aktionen, also das Wasser und vor allem das Eierattentat, bei der Polizei angezeigt und wird nun vom Staatsanwalt überprüft. Hier erkennt man an meinem Kamerabild, dass nun am Rand alles verschwommen ist, dass sich mein Objektiv sehr schwer tut, den optimalen Fokus zu finden. Später, wenn mein Objektiv trocken ist, werden sich Kalkflecken bilden und so meine Kamera in ihrer HD-Fähigkeit herabgesetzt sein. Aber wie schon erwähnt, habe ich dieses Verhalten nicht nur als aggressives Verhalten, sondern auch als eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht. Jetzt wird es Zeit, dass die Personalien aufnehmen und so schaut es erst einmal aus. Ja, aber fix bald einmal. Long Wart mal nehmen, dann holen wir die nächste Polizei. Du bist jetzt der Star des heutigen Tages. Es ist mir scheißegal, was du mir verbietest. Es ist mir scheißegal, was du sagst. Ja, ich weiß, ich habe sie auf Kamera, wie sie mich angespritzt hat. Kommst du in den Fernsehen? Ja, ich war ja im Herzen. Nein, nein, nicht dabei. Dann haben sie es in die Anzeige nicht rumgeführt. Oh mein Gott, nein. Wann nehmen Sie die Personalien auf? Wollen Sie jetzt mit denen da in Kaffeekränze diskutieren? Ja, immer das Gleiche. Ich werde das den Tag nachverfolgen, ob die Anzeige stattgefunden hat. Ich sage es euch nur. Und ich möchte der Polizei mitteilen, dass ich mitfilme. Ich meine, es gibt keine Anzeige, dann gibt es euch eine Anzeige. Dann haben Sie schon mit Herrn Wohrhofer einmal anbieten. Also, das passiert ja nicht. Angespritzt haben, sonst wird es mir gut geschlagen. Ah, okay. Dann nehmen Sie die Personalien endlich auf. Dann nehmen wir mal eine Anzeige. Ja, ich nehme das auf Video ab, dass Sie es noch wissen. Und wenn die Amtshandlung nicht passt, dann hat sie es auch fällig. Ja. Dann nehmen wir es auf, dass wir nichts machen. Ganz genau, so ist es. Aber es gibt eine Anzeige, dass Sie auch mit euren Kanten aufspritzt haben. Entschuldigung, Entschuldigung. Wenn man bei euch im Garten stand, was versteht ihr unter eurem Garten? Den Teil außerhalb des Zauns, glaube ich, kann man nicht mehr als euren Garten bezeichnen. Ja. Zumindest, wenn Sie sagen, er stand auf der Grundstücksgrenze, darüber könnte man reden, wenn Sie sagen, er stand im Garten, dann hätte ich mal gesagt, ihr Garten ist jener Teil, der hier eingezäunt ist. Und da stand er nicht. Es ist so. 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 Manche Menschen, dass ihr ihre Frauen ehrlich seid. Er ist so. Ich würde euch eine Anzeige machen, dass ich mir auf meine Kamera anges��沒有 mitem Garten-Schlug verheirrt. Das ist ein Angriff auf eine Kamera, sehr wohl, weil die kostet ein bisschen Kohle, glaube ich. Gehen Sie dann auf eine Polizeiinspektion und sagen Sie es an. Jetzt werden wir mit mehr als drei Eiern aus sehr großer Höhe beworfen. Dieser Eierwürfner nimmt dabei gerne in Kauf, dass er eine schwere Körperverletzung an den Demonstranten verübt. Bekommt mal ein Ei mit voller Wucht auf den Kopf oder gar ins Auge. Auch dieses Attentat habe ich mit anderen Demonstranten zur Anzeige gebracht. Ein Mitdemonstrant konnte sogar sehen, von welchem Balkon aus wir beworfen wurden. Der Eierwürfner 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 Diese drei Polizisten wurden beauftragt, diesen Tatort oben am Balkon zu eruieren. Das hätten sie aber nicht gemacht, wenn wir nicht explizit darauf gestanden hätten und ihnen gezeigt hätten, von wo die Eier geworfen wurden. Wobei diese drei Polizisten kaum, als wir alle aus der Sichtweite waren, wieder umgedreht hatten und diese Eierattentäter so mit davon kommen haben lassen. Jedoch nach Sichtung meines Videomaterials habe ich dann mit einem anderen Mitstreiter dieses Attentat dann bei der Rathauspolizeiwache zur Anzeige gebracht. Ja, die werden aber nicht sinnvoll eingenutzt. Also drei Eierwerfungen hier an dem Platz, dann noch der Wasserschlauchattentat, mutige Leute. Ja, schau, nach mir hat letztens im Dienst einer mit einer Tonate geworfen aus vorbeifahrenden Autos und hat dann auch laut enttoniert, Alerta, Alerta, die fahre ich mir auch noch bei der Bahn. Ja, das kennen sie aber so richtig gut, wo du arbeitest. Ja, das deporte ist, dass da auf so einem Auto halt ein Kennzeichen drauf ist und ich gehe davon aus, dass diese schwarze Golf hat, wenn ich nicht möchte, das Modell, weil ich vorher kein Golf, jedenfalls dieses Salzburg-Land-Modell, dessen Nummer ich mir notiert habe, irgendwann vielleicht auch mal wieder meinen Wegkreuz. Aber nachdem ich sie ja schön finde, wenn heute dann quasi irgendwer mit Lebensmitteln um sich schmeißt, in einer Zeit, wo das Leben immer teurer wird, alles geht. Du, die, was da oben wohnen, können sie ja noch einiges leisten, sonst würden sie da nicht hausen, dort. Raustrat sie, mein Computergarantie hat sie immer nicht. Hallo, jetzt habe ich einen kleinen Zwischenbericht. Ich war jetzt wieder bei der Polizeidirektion, auch bei der Rathausstation der Polizei und habe jetzt eine zweite Anzeige aufgegeben. Am Sonntag, da habe ich schon die Anzeige fertig gemacht auf der Rathauspolizei mit dieser Wasserschlauch-Brau. Aber es gab ja, wie Sie es gesehen haben, noch dieses Eierwurfattentat. Und das habe ich heute auch, da liegt Geld auf der Straße, 50 Cent, auch nicht schlecht. Ja, zumindest dann beim Besichtigen meines Videomaterials habe ich dann gesehen, dass ich den Typen, der die Eier geworfen hat, vom obersten Balkon aus, Fotoblende ich eh gerade ein, da seht ihr, dass er sich dann versteckt hat, aus einer Ecke und mit dem Handy runtergefilmt hat, um sein Werk zu begutachten, ja. Als er dann bemerkt hat, dass ich ihn jetzt auch auf der Linse habe, hat er dann die Sende gleich wieder zurückgezogen, was ihr dann da jetzt seht. Ja, wie gesagt, drei Eier habe ich mitgekriegt, die er geworfen hat. Aus dieser Höhe, müsst ihr euch einmal vorstellen, ist das schon, dass er billig mal in Kauf nimmt, dass eine schwere Körperverletzung da geschehen kann. So ein Ei ins Auge zu kriegen, ist schon mal sehr schlimm. Selbst nur auf dem Kopf kann sehr böse ausgehen, auch wenn es ein ungekochtes Ei ist. Ich habe eben jetzt Videomaterial von dem Wasserattentat, ich nenne es ja so, und von dem Eiattentat der Polizei abgegeben. Ich habe einen Zeugen auch mitgenommen gehabt von dem Eiattentat und beide wollten mir jetzt da unseren Verlauf, unsere Erfahrung von dem Tag bei Niederschrift abgeben. Hat er aber nicht gemacht. Er hat mein Videomaterial entgegengenommen und gesagt, er schiebt es einmal der Staatsanwaltschaft und wir werden dann Bescheid kriegen, wie die entscheiden, ob man das nachverfolgen muss. Ich meine, ich hätte schon gerne ein Protokoll abgeben jetzt. Aber naja, spiele ich mir einfach so eine Zeit mit. Wenn ich in zwei, drei Wochen nichts höre, werde ich nachdrücklich nochmal ein Protokoll verlangen, weil so geht es irgendwie auch nicht. Wie gesagt, bei dem Wasserschlauchattentat konnten wir sofort ein Protokoll abgeben. Ich meine, die Staatsanwaltschaft tut sich ja doch ein bisschen leichter eigentlich, wenn sie überhaupt so meinen Sachverlauf von uns Zeugen hört. Da tut sie sich eher qualifizierter an Meinung bilden, ob man den Sachverhalt jetzt nachverfolgt oder nicht. Aber ja, Absurdistan ist ja nur ein schöner Wohnort, würde ich sagen. Die Bürger aus Schildern sind auch intelligenter. Naja, Idiokraten halt, alle sind da, was da um mich herumstehen. Man schaut es euch an. Jetzt rennen sie alle ohne Masken herum, als wenn es nie Angst gegeben hätte, gab es einen echten Kilo-Virus. Hätte sich erstens mal überhaupt keiner ausgetraut, der was wirklich daran glaubt. Nicht einmal mit Masken vor dem Gesicht. Aber wenn man jetzt so sieht, dass drei Viertel in den Geschäften keine Maske tragen, sind das alles Heuchler. Ja, die haben vorher auch nicht Angst gehabt. Und wenn sie keine Angst gehabt haben, müssen sie aber Angst checken, wohin das führt. In was für eine Diktatur diese Maßnahmen eigentlich gedacht sind. Und dann sich da nicht mit anzuschließen auf einer Demonstration. Dann haben wir es einfach nur verdient, in eine Diktatur zu wandern, die sich sicherlich schlimmer aufbauen wird, als die vor 80 Jahren. Tja, es sind schon manche Leute sogar ins Gefängnis gekommen, weil sie solche Äußerungen gemacht haben wie ich, indem sie es mit der Zeit vor 80 Jahren verglichen haben. Weil man es ins Unlautere zieht, diese Zeiten. Aber ja, es sollte mich doch einmal einer deswegen ansagen. Da habe ich bessere Argumente dann vor Gericht drauf. Weil ich kann einem beweisen, dass man auf Geschäften schon geschrieben hat, kauft nicht bei Ungeimpften und vieles weiteres. Aber egal. Somit der Zwischenbericht jetzt von dem Wasser- und Eierattentat. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe einmal eine andere Anzeige auch noch aufgegeben, über Betrug, betrügerische Bande. Das ist auch nicht noch verfolgt worden. Gibt es auch bald im nächsten Video. Somit, gehabt euch wohl. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt es wachsam auf den Demos. Filmt es auf alle Ecken. Schaut es auch ein bisschen auf die Fenster nach oben, weil da wird geschossen. Okay, baba.